Der Rechtsticker Nachrichten aus der Strafjustiz und dem Recht des politischen Protestes Veröffentlicht in der MUNA-Zeitung Kontraste Beteiligungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte Mit ihrem Vorschlag zu Gesellschaftsräten macht die letzte Generation zurzeit die Idee von BürgerInnenräten populär. Für solch einen Rat werden Menschen nach einem repräsentativen Schlüssel ausgelost. Dadurch können sie die verschiedenen sozialen Schichten einer Gesellschaft besser abbilden als gewählte Parlamente, da in diesen überwiegend reichere, gebildete, karriereorientierte und dadurch auf Wahllisten und dann in der Öffentlichkeit durchsetzungsstärkere Personen dominieren. Parlamente sind folglich eher Vertretungen privilegierter Kreise, während BürgerInnenräte die ganze Breite der Bevölkerung abbilden können. Wie bei öffentlichkeitswirksamen Aktionen gilt aber auch für Beteiligungsformen. Die Mischung macht's. BürgerInnenräte sollten daher immer von weiteren Formen des Austausches und der Ideenentwicklung begleitet werden. Das schon etwas betagte Bürgerhandbuch von Paul Ackermann und Ragnar Müller kann da gute Dienste leisten. Informiert ist doch übersichtlich gegliedert und ansprechend aufgemacht über die Beteiligungsmöglichkeiten, die das bestehende System seinen BürgerInnen bietet. Vom Wählen über das Gründen oder Mitmischen in Parteien und Verbänden, Beteiligungsverfahren in Kommunalpolitik oder Planungen und Akteneinsicht bis zur Einflussnahme als VerbraucherInnen erhalten die LeserInnen Einblick in Handlungsmöglichkeiten. Abbildungen zeigen Verfahrensabläufe, allerdings führt die Kürze der Darstellung zu Lücken oder sogar Fehlern wie beim Recht auf Akteneinsicht, welches ganz andere und viel weitergehende Rechtsgrundlagen hat. Protestformen des zivilen Ungehorsams fehlen ebenfalls, obwohl sie Beteiligungsprozesse beflügeln können. Justiz als Legislative und Teil der Macht Georg Büchner nannte die Justiz die Hure des Fürsten. Diese fraglos sexistische Formulierung, pure als Stigmatisierung berufstätiger Frauen, zudem hier noch als Schimpfwort genutzt, sagt in der Sache etwas Richtiges aus, nämlich dass Gerichte nicht unabhängig sind, sondern Teil der Sphäre herrschender Funktions- und Deutungseliten. Die kontrollieren sich nicht gegenseitig, sondern spielen sich die Bälle zu. Die Gewalten sind nicht geteilt, sondern einander zu Diensten. Die Justiz agiert dabei einerseits als Absicherung von Macht gegen Rebellion und Abweichung, andererseits tritt sie immer öfter selbst in die Rolle der Machtausübenden. Durch Urteile und Beschlüsse, die Recht umdefinieren und Sanktionen verhängen, agieren sie wie eine Legislative mit direkt exekutiver Wirkung. Auffälliges Beispiel sind jüngste Beschlüsse von Oberlandesgerichten und Oberverwaltungsgerichten zu politischen Aktionen. Denen wird dabei das Recht abgesprochen, für das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit das Autofahren zu behindern oder sich auf Rechtfertigungsgründe bei Protesten zu berufen, denn solche gäbe es in Rechtsstaaten nicht. Dort dürften die BürgerInnen durch das Angebot an Beteiligung und zum Wählen auch nur dieses wahrnehmen, ansonsten aber die Füße stillhalten. Wortlaut und Quellen der Beschlüsse sind auf Justiz, siehe, Website zu finden. Endlich! Digitale Korrespondenz für NormalbürgerInnen Seit einigen Monaten ist das Justizpostfach als kostenlose Alternative zum elektronischen Bürgerpostfach und zum Demailkonto online, mit dem rechtswirksam mit der Justiz kommuniziert werden können soll. Die Registrierung läuft laut der Internetseite https www.ebo.bund.de am sichersten über eine Bund-ID per freigeschalteter Online-Ausweisfunktion in Kombination mit einem NFC-fähigen Smartphone oder Kartenlesegerät. Angeboten werden auch der Weg über einen Elster-Zugang oder E-Mail-Adresse mit Passwort, allerdings ist zweifelhaft, ob das dann auch für rechtsgültige Justizkorrespondenz führt. EU-BürgerInnen können eine Unionsbürgerkarte beantragen, die einen passenden Chip enthält, für etliche Rechtsvorgänge, unter anderem Revisionsverfahren, sind solche digitalen Kommunikationswege inzwischen vorgeschrieben, was nicht AnwältInnen immer wieder Probleme schafft. Ob das neue Angebot diese nun löst, wird sich zeigen. Erfahrungswerte liegen noch nicht vor. STVG-Novelle gescheitert Der Versuch, die rechtlichen Grundlagen für Verkehrsberuhigung und Umverteilung von bisherigen Autoflächen für Fahrrad und Fuß über eine Novelle des Straßenverkehrsgesetzes, STVG, zu verbessern, ist im Bundesrat gescheitert. Offenbar haben sich auch LandespolitikerInnen der Ampelparteien der CDU-Order in den Landesregierungen unterworfen. Da zurzeit viele Gerichte Veränderungen verbieten, die Autos den Platz wegnehmen, durften schwere Zeiten für Verkehrswende und Klimaschutz anbrechen. Grund ist, dass die meisten Gerichte die aktuelle Formulierung Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs als Ziel aller Verkehrslenkung einseitig so auslegen, dass nur das störungsfreie Autofahren gemeint sei. Im Gesetz steht das so zwar nicht, die Sichtweise ist aber von den Gerichten im Dienste der Autokonzerne durch Rechtsprechung etabliert worden.